Wir hatten hier in der Hauptstraße in Murk einen Kellerbrand. Ausgelöste Ursache ist uns noch nicht bekannt. Wir hatten beim Eintreffen bereits einen Vollbrand im Keller. Wir haben daraufhin mehrere Abendsflussgruppen in den Keller geschickt zur Brandbekämpfung. Wir haben nachher von den Bewohnern erfahren, dass vermutlich noch Hunde und effektuell noch eine Frau im Obergeschoss waren daraufhin das Obergeschoss komplett durchsucht. Die Hunde konnten glücklicherweise gerettet werden. Die Frau war auch glücklicherweise gar nicht in der Wohnung. Die ist in Anschließung dazu gekommen. Wir haben das Feuer jetzt nach einigen Minuten in Gericht bekommen. Es ist mittlerweile aus. Die Wohnung wird alle gelüftet und wir haben noch einen Wasserschadenkeller durch den Wasserrohrbruch, der erst durch den Brand im Stande ist und den werden wir mit dem Wassersauger aufnehmen.